10 Fakten über den Saturnmond Thesis Nummer 10 Der Saturnmond Thesis braucht einen Tag, 21 Stunden, 18 Minuten und 26 Sekunden, um den Saturn einmal zu umkreisen. In dieser Zeit rotiert auch einmal um sich selbst. Das heißt, es ist immer die gleiche Seite dem Saturn zugewandt. Nummer 9 Der Durchmesser von Thesis beträgt 1060 Kilometer. Damit ist er der fünftgrößte Mond Saturns. Nummer 8 Thesis ist der 15. Mond Saturns. Er ist 294.660 Kilometer von Saturn entfernt. Nummer 7 Der Mond wurde am 21. März 1684 von Giovanni Domenico Cassini entdeckt. Nummer 6 Thesis ist 622 Billiarden Tonnen schwer. Das ist eine 622 mit 15 Nullen. Nummer 5 Die Anziehungskraft von Thesis beträgt 0,145 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das heißt, ein 60 Kilogramm schwerer Mensch würde auf Thesis nur 0,870 Kilogramm wiegen. Wenn du wissen willst, wie schwer du auf Thesis wärst, rechne dein Gewicht mal 0,0145. Nummer 4 Thesis hat auf der Oberfläche merkwürdige rote Bögen. Diese wurden durch die Cassini-Sonde entdeckt. Bisher ist es ein Rätsel, woher die Bögen kommen. Man vermutet, dass es chemisch verunreinigtes Eis ist. Nummer 3 Itakasasma, so heißt ein riesiges Tal auf Thesis. Dieses Tal ist 100 Kilometer breit, 3 bis 5 Kilometer tief und 2000 Kilometer lang. Nummer 2 Auf Thesis gibt es einen Krater, der ist 450 Kilometer breit. Das ist 4,5 Prozent der Mondoberfläche. Ein vergleichbarer Krater hier auf der Erde wäre ungefähr so groß wie Russland. Und die Nummer 1 Thesis teilt sich die Umlaufbahn mit zwei anderen Kleinmonden. Und zwar Telisto und Kalypso. Danke fürs Zusehen. Oben könnt ihr mich abonnieren. Links geht's zu meinem ersten Video, rechts zu meinem letzten.